Musik Das unbeschreibliche, aufgesetzte Grinsen die ganze Zeit, das ich da auf dem Video hatte und diese Unsicherheit. Das zu sehen, grandios. Einfach grandios. Nee, so ist es nicht. Es war damals recht ernst gemeint. Es war damals recht ernst gemeint. Ich schäme mich überhaupt nicht dafür, weil ich finde es recht lustig, dass man so etwas als Erinnerung hat. Und dann sieht es aus uns allen was geworden.